Filmgeheimnisse, die du nicht wusstest. In Avengers Infinity War rüstet Tony Stark auf eine Nanosuit um, die keine Lücken aufweist. Weil Ant-Man in Captain America Civil War durch seine Rüstung hindurchrutscht und Tony immer aus seinen Fehlern lernt. In Terminator 2 spielt Robert Patrick einen Killerroboter aus der Zukunft, der lernen muss, ohne Emotionen zu laufen. Er kontrollierte sein Sprinten und seine Atmung so effektiv, dass die ganzen Szenen einige Male neu aufgenommen werden mussten, weil er das Motorrad viel zu leicht erreicht hat. Während den Dreharbeiten zu The Amazing Spider-Man 2 ging Andrew Garfield tatsächlich in seinem Kostüm durch New York und spielte einfach Basketball mit den Kindern.